Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Bundesliga, 2023, 2024, erster Spieltag. Werther Bremen gegen Bayern München, Ergebnis 0 zu 4. Startelf von Werther Bremen, Pavlanka, Pieper, Rangig, Rittel, Weber, Linen, Jung, Starke, Bietingurt, Fröhling, Dusch, Kis. Startelf von Bayern München, Ulreich. Marcillo Rui, Upimakano, Kim, Davies, Korenska, Kimmich, Sani, Musilala, Coman, Karné. Das war's von Werther Bremen gegen Bayern München, Uhrzeit 14 Uhr 1.